Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru und Holadrio von Haribo. Wie lustig ist denn bitte schön dieser Name? Es gibt Haribo, Holadrio und die gibt es in Österreich. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Philipp fürs Zuschicken. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich war ja vor kurzem auch noch in Österreich und in Italien, in Nord- und Südtirol. Und ich habe die tatsächlich, ich war auch ganz ganz selten dort einkaufen, weil ich immer in den Bergen unterwegs war, habe ich die die zwei Male, wo ich im Supermarkt war, habe ich die echt nicht gesehen. Also selbst in Österreich scheint es die nicht überall zu geben. Und diese Sorte, mal abgesehen von Haribo Almdudler, die ja auch neu sind in Österreich, klingt einfach mal fantastisch. Ich fand ja die Almdudler-Haribos, die wirklich nach Kräuterlimo geschmeckt haben von Almdudler, fand ich sensationell. Und wenn ich hier hinten drauf schaue, dann sind das einfach nicht nur irgendwelche klassischen Haribo-Geschmacksrichtungen in neue Form gepresst, sondern wir haben hier Holunderbeere, Kitte, Minze, Zwetschge und jetzt kommt Holunderblüte als Geschmack. Insgesamt fünf verschiedene Geschmacksrichtungen und die klingen alle irgendwie sehr sensationell und anders. Mit Alpenpamoram, da kommen wir schon ins Schotter, mit Alpenpanoramas ist so wunderschön. Ich habe wirklich so eine schöne Zeit in den Bergen hier verbracht. Ich war noch nie zuvor in Tirol und in den Bergen. Es hat mich so geflasht. Ich bin mal gespannt, ob mich die Haribo Holadrio genauso flashen wie mein Urlaub, ihr Lieben. So, ich mache sie jetzt einfach mal auf. Genug gequatscht. Ich bin auch gespannt auf den Geruch. Wenn man die Nase hier reinsteckt, dann riecht das anders wie jede Haribo-Sorte oder jegliche Weingummi-Sorte, die ich hier schon mal geöffnet habe. Ich habe bestimmt in meinem Leben 40 verschiedene Weingummi-Sorten aufgemacht und immer meine Nase reingesteckt. Und hier riecht es schon anders und ich habe das Gefühl, dass hier die Holunderblüte besonders durchkommt. Die probiere ich mal direkt hier. Der Hugo in Anführungsstrichen als Weingummi. Wie geil ist das denn? Es ist nicht vegetarisch mit Chalantin, deswegen muss man ein bisschen länger drauf rumkauen. Und wenn man gekaut hat, dann kommt der Geschmack. Und der schmeckt tatsächlich nach Holunderblüte. Und ich zeige euch jetzt mal eine Großaufnahme. Haribo-Holadrio mit dem Haribo-Beeren im Alpen-Outfit und Lederhose. Wie cool ist das denn? Und vor uns sehen wir die fünf verschiedenen Sorten. Wir haben hier die Holunderblüte, die ich gerade probiert habe. Das kleine, dunkelrote ist die Holunderbeere. Da drüber seht ihr die Zwetschke. Das hier ist Minze. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann haben wir noch die Kitte. Meine Güte, das kann ja was werden, oder? Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Wie süß und klein diese Holunderbeeren hier sind. Finde ich total genial. Dass man hier auch mit Größe und in Formen so spielt. Man muss dann aber auch ein paar von denen essen. Die fand ich jetzt nicht so intensiv, aber sie waren ja auch kleiner. Deswegen lege ich mal direkt weiter los im Bereich Obst mit der Zwetschke. Und schmeckt auch zwetschig. So ein bisschen. Kitte. Die gute Kitte. Mal schauen, was die Kitte kann. Zum Schluss gibt es dann Minze. Ich glaube, weil nach der Minze könnten die anderen Geschmäcker verfälscht werden. Deswegen lasse ich mir mit der Minze besonders Zeit und sage jetzt Hallo zur Kitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kitte ist okay. Aber am besten finde ich tatsächlich hier Holunderblüte. Einfach mal eine richtig geile Idee. Und das sind den Holunderbärchen und Zwetschken hier. Das ist mal eine neue Geschmacksrichtung. Wie geil. Ehrlich. So. Und jetzt das große Finale für Minze. Ob das wirklich nach Minze schmeckt oder eher so ein bisschen süßlicher. Ach krass. Schmeckt wie eine süße Minze. Und süße Minze kennt ihr alle. Ihr kennt doch Wreckgley Spearmint. Das Kaugummi. Und dann gab es auch eine Pfefferminzversion und eine etwas süßere Minzversion. Und es schmeckt tatsächlich so wie süße Minze. Und das ist echt sensationell. Ich finde es total genial, was Haribo hier für Geschmacksrichtungen entwickelt hat, in die Tüte gebracht hat. Ich bin total geflasht von der Sorte. Wirklich mal was anderes. Liebe Haribo-Leute da draußen, bringt die doch mal nach Deutschland. Holadrio ist mal echt was Neues. Richtig geil. Von mir gibt es dafür auf einer Skala von 1 bis 10. Einfach weil es wirklich was Neues ist. Auch mal 10 Punkte. Jetzt mal wirklich 10 Punkte. Volle Punktzahl. Auch wenn ich nicht alle Geschmacksrichtungen gleich geil finde, wie zum Beispiel Kitte. War okay. Und so weiter. Aber trotzdem einfach, weil es neu und geil ist. Anderen Sorten sind wirklich cool. 10 Punkte für Haribo Holadrio. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und Mensch, was könnte man daraus für eine coole Werbung machen, oder? Haribo Holadrio. Da wünsche ich mir den Coolman von XXL hier zurück. Kennt ihr den noch? It's Coolman. Von Milka war das aber damals. Aber wie gesagt, geile Sorte. Ihr Lieben, bis bald. Bis bald.